Ha, 30 Kilo Klimmzüge oder die R9-Frisur? Erstmal schauen wir natürlich, wie schwer ich bin. 75 Kilogramm, das heißt 105 Kilogramm Klimmzüge. Ein Klimmzug ist gültig, sobald das Kinn über der Stange ist. Und wir starten mal ohne Gewicht, würde ich sagen. 5 Kilogramm für den Anfang. Nächster Schritt, 10 Kilo. Jetzt haben wir 15 Kilo. 20 Kilo. Nächster Schritt, 25 Kilo. 30 Kilogramm, jetzt wird es ernst. Schaffe ich sie nicht, muss ich die R9-Frisur schneiden. Deswegen wird es nochmal alles gegeben. Flüsse gerade rein. Es war auf jeden Fall knapp, hat es gezählt, schreibt es in die Kommentare. Scherz solemn. co.